welcome back by agents of mayhem wir werden wir werden wir werden aber schauen wegen der kohle ich schon hier bin schauen wir mal was es so ein asche gibt in der welt von agents of mayhem hier gibt es glaube asche der schwarzmarkt so abwirft wir haben vier schwarzmärkte das ist nicht so viel also offline geht da nichts weiter vier von vier also alle eingezogen gibt mir den money baby dankeschön dankeschön gibt es hier auch wir haben was neues aus gewechselt agenten werden schneller gesund sehr nützlich das habe ich übrigens schon die warte ist es braunet jetzt habe ich schon ist würde ich gerne weil es mir zu teuer alles klar dann let's go zu dharmischen zack 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 lass gucken was gibt es hier einsätze globaler konflikt wie sieht es nie aus also was die tante da unterwegs eine minute ja das könnte man aber eigentlich auch abwarten sie sind hier los sie zu komisch aus dass das für ein zeichen hier dieser vertrag kann nur abgeschlossen werden mit dem da nutzen sie 50 mal eine medienfähigkeit aha sind spezielle sachen wahrscheinlich wir haben jetzt nur eine minute das werden wir schnell warten also die minute ist vorbei das hat mir jetzt interessiert was das ist und dann können wir wahrscheinlich ein neues gebiet aufmachen das werden wir machen wir dann haben die agents was zu tun so team bewaffnung aufrufen um dieses look an legions versteck haben wir ja dann würde ich sagen denen treten wir doch in den arsch auf geht's so team zusammenstellung what the fuck team zusammenstellung fertig jetzt muss ich nur wenigen schwierigkeitsgrad hören mich juckt es ja ein bisschen hoch stellen aber naja warte mal wir sind jetzt auf neun da würde ich sagen gehen wir auf zehn dann kriege ich noch mal mehr asche und das wird jetzt dreckig werden das wird jetzt dreckig werden das wird einfach nur mehr dreckig werden jetzt dreckig gemein und ekelig das wird so richtig merkelig werden nicht labern angreifen mir fällt übrigens auf jedes mal vom einsatz sauft der da bissl keine ahnung was man da drin hat vodka oder so in seinem fläschchen so wir sind in der enemy base stufe 10 jetzt muss man schauen was habe ich mit sie habe ich mit warte mal was macht der schnell ajo er hat das und sie hat muss ich testen ach so das mit dem ding ok dann gehen wir mit ihr rein warte mal macht es aber boom zur begrüßung ohne so eine scheiss kanone warte hau ab du lollo weg von mir du stinker da war irgendwo leben aber jetzt habe ich schon auf die schnauze gekriegt ok woher hier ganz schön lästig alle stirbt jetzt jawoll gib mal leben so hau mal ab ich kann glaube ich eh schon zum nächsten raum gehen oder kann ich oder kann ich nicht? ne kann ich nicht scheiße äh wir sind wow scheiße wow bissl verlaufen das muss man kaputt machen da unten so jetzt aber ähm das müssen wir kaputt machen wow das zieht sich aber schön das hin zu machen mach mal so ruhe hier da oh leben 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 gib mal leben wow komm zeig mal deinen kürbis du Mimose ist back getorn so können wir da weg endlich ach noch keiner weißt du was Junge hau ab puh dreckig und gemein die sind lästig das muss ich jetzt nochmal anmerken wo müssen wir überhaupt hin ey ein bisschen unübersichtlich grad hau ab scheiße der Typ ist bescheid lästig ah das geht so nicht das geht so nicht das kann man mit ihm machen ey lass mich doch nicht verarschen ey aufs Maul wo können wir da jetzt eigentlich durch das wäre nice hallo lass mich dort durch man das ist so scheiße wenn die das hacken immer abbrechen das ist für ein Arsch die Zeit dann am besten ist das machen wir gleich nochmal das geht so nicht das ist zu schwierig die Basis das kannst du nicht auf Stufe 10 machen einfach geht nicht jetzt mach uns was was das ist die waren wir die 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 hau ab habe ich gesagt so kann man jetzt endlich mal durch das wäre ein nice richtig nice hat sie ja gezogen jetzt das war nur ein raum stufe 17 aber da richtig geguckt irgendwas mit stufe 17 oder da wir verschaut haben wahrscheinlich agent stu insgesamt stufe 17 so töten sie den legionern für das ist der da und es wird spaßig werden kann den kriege aber hin das ist nichts problem mit geht es irgendwie besser da hast du mal drauf und ruhe ist in der hülle und du kriegst auch nur aufs maul junge ich freue die penis sein da schaut's aus ihr wappler die kleinen lümmels haut ab hier so wir können schon weiter was ich sehe oder was kann man da machen ja nächsten raum geht's durch 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 ich brauche ein bisschen mehr platz hier wir müssen hier ein bisschen platz machen ein anführer wieder töten ist es der da aua au der macht sich wichtig ich bin wichtiger boah der hält das aus fuck weißt du was main fähigkeit jetzt habe ich die schnauze voll jetzt gibt's aufs maul boom und zerlege kann ich das drei viermal nur machen der ist jetzt dauergefroren das kann man ausnutzen hat der jetzt ein schild oder was alter der hält das hat er da hält das aus sein schild ist so grauslich der rest wäre ja egal oh der hat 5000 leben scheiße der hält was aus aber egal den friere ich immer wieder ein dann vergeht es ihm schon dass er noch am sack geht einen kleinen lümmels sabotage danke dir für follow oh scheiße von hinten die schweine kommen von hinten scheiße wenn man eingefroren ist kleiner lümmel da jetzt fängt er wieder mit seinem laser dreck da an der kommt da nimmer raus aus der ecke ja der hält mal raus kommen sie wieder von hinten die zipfel oh jetzt habe ich ihn gleich so eine ratte ist ja mühselig und du du gib ruh ja ja komm nur runter so da ruhe sind da bitte mühselige sache oh ich habe wieder alle drei geile sache oh das waren minen ups ups so jete komm du machst es jetzt er ist eh der beste agent irgendwie für sowas so angriffe ist er der gescheiterste irgendwie ein bisschen platz hier machen dass ich durf kann ich bin fett so beschaffen sie den wirst den der georgang sassist schon scheiße wenn man eingefroren ist lieber gegner wo ist er da ist er so da main fähigkeit habe ich ready wenn mir einer auf die balls geht so da so macht man das mit ungeziefer irgendwas schießt hier auf mich was du das du kleiner lümmel jetzt nimmer so was muss man eigentlich machen äh legionsassistenten wir müssen scannen irgendwas was muss man abschalten die richtung oh scheiße ich mach mal erholt das sind mal zu viele so jetzt ist ruhe hier da redet keiner mehr mit mir da gibt es noch mehr aufs maul hier steige aufs dach jungen oh irgendwer so wo ist mein muss ich überhaupt hin zeig mir den weg was ist denn der dreck hey wie kann man so lästig sein wie diese gegner hier so immer ruhe ich weiß nämlich nicht wo das ziel ist dummerweise da 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 komm hau ab jungen du riechst nach eis bumm ah nicht mit dem papa moinsen dreck moinsen niemanden so wo ist jetzt der raum bitte danke ah da jetzt geht doch mal stiften hier so ihr könnt mich mal ich geh mal weiter so ein bisschen platz machen hier hacken sie das sicherheitssystem okay das ist ja dann zu schwierig ein bisschen platz machen hier müll weg da so läuft oh so da oben ist eins jetzt hacken wir mal alter schleicht's euch da kann ich nicht hacken wenn die so lästig sind hier hammer wo ist das andere äh da drüben wo ist das da drüben hopp hopp hacken werde gehackt so können wir weiter so wo ist die türe da ist noch so'n lolo ich hoffe der ist lustig so was müssen wir hier machen äh steht nix ja weiter gehen ja das ist natürlich praktisch das ist praktisch und abhauen boah das war ein mieses versteck und das mit stufe 10 geschafft das muss jetzt xp wie sau kriegen weil ich ja auf der schweren schwierigkeitsstufe spiele kriege jetzt auch mehr xp und mehr kohle also das hat schon voll aber stufe 10 ist schon dreckig irgendwie so wie viel leveln wir ja klar die leveln jetzt nicht mal so viel weil es nicht schon level sind so umnitten habe gekriegt was ist kritische treffer ja das ist vielleicht auch nicht so blöde umnitten ist schon mal gut umnitten ist immer gut jedes mal wenn Braddock schild aufgebraucht ist erhält sie drei sekunden lang verschanzung auch nicht so blöd was hast du gekriegt warte mal gewährt eine verkürzung der abklingzeit um 15% wenn Yeti seine spezialfähigkeit einsetzt während seine waffe nicht vollständig eingeführt ist ja naja das mache ich eher nicht weil ich setze die dann ein wenn sie eben voll ist also das ist kontraproduktiv so Legionsversteck fertig so dann schauen wir mal jetzt im Schwarzmarkt dann kriege ich ordentlich Asche hoffentlich kriege ich ordentlich Asche oh 14.000 damit kann ich leben und das heißt ich kann mir jetzt endlich dieses Upgrade hier leisten na endlich wie ist es ähm das ist nämlich scheiß wichtig oder es war doch das genau das ist ein sehr wichtiges Upgrade jetzt bin ich eh schon wieder nahe der Pleite juhu wir machen wieder mal einen Cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen Kommentar ich würde mich wirklich drüber freuen bis zum nächsten Mal euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe Tschüss und ich würde mich bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020